jojo servus leute euer tamo wamo tv wieder am flexen und diesmal bin ich mit zwei legends in dieser lobby ihr könnt euch einfach mal vorstellen man sehr wo ist am start und die die omega 3 fettsäuren sind wieder am flex und demo alter der alte nasen grünen sucher ist aus der rente auferstanden aus wo ich habe auch auf jeden fall es dreht sich in dieser folge darum das war einfach nur mal was umgehen mit cmo zocken ja und dann haben wir noch eine diskussionspartner hier in der runde und wir diskutieren einfach mal wie er in der runde zum beispiel wie wie ihr warzone bis jetzt findet generell call of duty ich habe ja ich habe das war mein liebten spiel früher ich habe die letzten black ops 4 war es das letzte call of duty was ich gekauft habe weil ich auch sehr krass unterwegs hatte gute kd alle waffen auf gold dark madons und shit und ja irgendwann kam dieses skill base make matchmaking oder gegner spielst die so gut sind wie du so und das hat mich abgefuckt aber ich will nicht gegen leute spiele die so gut sind wie ich dann spiele ich dann ist jetzt aber das war nicht der fall das war kann jeder lobby musikin schwitzer spiel ich habe absolut nicht abgehört und ja so ist es auch bei dieser russer und augen oder ja was muss sagen was du willst ich habe gespielt aber man muss auch mal kurz man muss auch hier kurz erwähnen dass der kollege omega ein eingefleischter apex legends fan ist man es gibt für mich kein besseres 321 let's go aber es ist auch sehr es ist auch sehr bemerkenswert dass du jetzt in der in diesem hype wo wir uns gerade befinden in dem war so um halb dass du einfach mal sagt so alle haben iphones wie apple du so nein bruder kurweiß der next shit man du rockst einfach mal so ein huawei handy alter ein bisschen klappt da spiele spaß machen wir scheiß auf den halbessen so ist es ja scheiß auf mich am anfang war auch alles alle rekorde gebrochen ist hat es so bis jetzt auch ein ding über fort mit und so ja klar gespielt und jetzt spielt es fast keiner was mit dem treck über das macht mir spaß da muss ich dem omega auf jeden fall recht geben vor allen dingen call of duty die haben sich einfach so gedacht wisst ihr was nix wir haben das meiste geld von euch pitches und wir tun einfach mal wir tun einfach mal von allem mal kurz so wie so ein bordell langer ich stehe mal kurz die stacy ich nehme mal kurz und verbinde einfach mal die ganzen eigenschaften und tue einfach mal so ein endgame raushauen ich ja so ja ja aber also ich feiere ich feier aber so wenn es so spaß macht und ist ja ein thema ist und soll euch auch spaß machen und so weiß ich sage nicht so ich komme das ist ein dreck spiel kommen lassen sie war ab und ich bin ein oder ist ehrlich wenn er jetzt ich sage nicht meine meinung das spiel ist für mich schmutz wenn ihr weiter spielen wollt okay so sehr aber das ding ist was mich jetzt quasi also für mich persönlich wo jetzt wo so und quasi die nasenlänge vorne hat nasenspitze ist dass es einfach jetzt im dass es kein so future shit ist das ist einfach so ein weiß ich meine so das setting ist quasi im jetzt so mit echten waffen mit kein pp oder so weiß ich meine so einfach normalen shit alter und das habe ich irgendwie immer schon gefallen ich bin selber okay warum warum klaus mir einfach meine snyper muss eigentlich los mit jemand kommen wieder ab ja wie gesagt ich komme eigentlich aus dem battlefield camp und habe mich jetzt wann habe ich angefangen mein erstes battlefield game war battlefield 19 46 oder so auf pc mit vietnam und so ein scheiß das gab es glaube ich nur pc sogar das war way way back alter und da sind welche da sind welche ich glaube jetzt bin ich schon verdammten gulag macht einen gegner fertig oder nimmt das ziel gut gut scheiße wenn ihr eure eigene meinung habt leute dann schreibt es einfach in die kommentare apex oder call of duty war so ja aber ja wir haben gerade halten wir haben so gescheitert genau deswegen deswegen aber apex ich bin ehrlich ich habe ich weiß jetzt wo ich so heftig bin ja ich möchte nicht sagen dass ich dir hier ein paar auseinander nehme aber das passiert ja der ist gerade im vorher gefisch gegen zwei leute zwei gegen ein ich glaube nicht dass er rauskommt man doch ja ja der hat es gesehen ja warte schießkläsch drauf wo ist er jetzt wir sind zu zweit alter man ja was ich mache alter ich wollte gerade was homoerotisches sagen aber ich lasse es nö ok ihr wo ist alles nur ging also rechts hä verstand geh geradeaus gerade rechts von der seite achso hast du schon ok let's go man achso du bist doch schon wieder draußen nein 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 bin ich nicht wie nein du hast mich nicht geholt man passiert aber dass du schon im land drin bist das ausgewählte truppen mit glück ist bereits wieder in action nein ich bin tot alter das hängt guck ja was mache ich jetzt willst du mich verarschen geht nicht okay ein minuspunkt für war so mann es packt warte ganz kurz ich gebe in einem anderen ding wo ist der sinn ich bin tot ja ich guck dir einfach dazu markier mir ein ich kann dir nicht markieren ich kann nur auf ding drücken dann markiert es dir wo am nächsten ist okay das ist das ist sehr gay alter sehr gay wie so ein russischer markieren steuerkurs nach oben wie alter das darf doch nicht wahr sein mann etwas was ziehst du dahinter die eine palette oder aus der europa leute oder das ich werde arbeiten hallo da ist die ganze zeit so späne raus geflogen hat da okay lass mich bitte konzentrieren jetzt hashtag lute bis ich blute mann wir haben sehr viele themen jetzt in diesem video es hat einfach nicht funktioniert mich wieder zu beleben obwohl er geld hatte und ich tot bin man versteht es einfach nicht aber schöne unterschrift hast du heute also geist wenn einer von euch wenn einer von euch im it bereich tätig ist und dieses video schaut dann kann er mal in die kommentare schreiben an was es hier um paar wartungsarbeiten zu führen oder so am server und ein special ein besonderer gruß geht raus an dem legendären youtuber man shit so what up main wenn du zuschaust du bist eine legende man du bist eine deutsche eiche in der community man verdammt grüße hier raus digger benutzt jetzt hat der kerbschen größe b ja mega du weißt was es heißt man jetzt jetzt direkt zum playstation store und einfach mal kurz den kauf tätigen da gibt einen lauten husta drauf der cmo die meisten kämpfen hier ja pass auf war lieber nett hier oder so mann wir sind im geschlossenen baumarkt oder something das ist eine diese map map aller von dem das ist schon sich wieder belegen warte bleib mal stehen bleiben stehen warum hängt das so was ist da los warum warum fehlt mir jetzt gesundheit was ist hier los man kein plan also ich weiß dir warum wieder lebst du mich wenn ich was das ist egal es hängt einfach das ist eine epische folge man ja das ist eine epische folge aber eine frage warum wieder lebst du mich obwohl ich stand du warst blau also du warst du blau umrandet irgendwie und da stand ja wieder blieben aus vorsicht der kollege kann der ding von dem da sein was ist hier los sollte alles habe mir einfach vor den headshot verpasst und meine gnadenlose lieblich sache m13 ist so geil alter schweißt du ey ich raff grad ich raff grad dieses spiel grad nicht also die session grad ich raff es grad null warum ist es so komisch grad also ja ich brauche eine spritze mann sag doch mal was hast du eine spritze ich hab für dich ein wildo warte ich guck grad ich steck dir das gleich in dein ohrloch ich habe die ganze zeit so blutflecken an meiner fresse die ganze zeit ja da ist jemand vorne da ist jemand vorne warte warte nicht schießen nicht schießen erst wenn du ihn richtig siehst ok da sind zwei ich guck grad auf dem herzschlag sind so zwei ja ich weiß zwei da wieder eine auf der linken seite ist gut die rechte seite ja was gibt es das bist du jetzt beeindruckt wieder wieder pluspunkte für call of studio oder was nee bruder das ist absolut der noob scheiße was hat das denn ein ding zu suchen im wettroyal das liegt doch random rum das liegt doch random das kommt nicht so oft alter was denn ich hab gehört man kann auch drohne einsetzen ja ja das ist geil alter das ist fett man warte ich mach mal hier drohne warte ich mach mal hier drohne jetzt warte diga so ne duch scheiße what the fuck ein bester royal 150 leute ey digga ich weiß nicht wo die jünger sind ach nie spielt der call of duty man kann ja 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 hab ich markiert gell ja ja da ist der andere guck siehst du ja ja aber die chillen da hinten wir müssen in die sicherheitszone ey wir müssen in die sicherheitszone man der kommt jetzt der kommt jetzt wer ist dieses blaue da oben das hängt da ist jemand auf dem dach wir können ihn immer noch beobachten ja weil wegen mir wegen meiner drohne ach so du depp ey scheiße sag doch was ich bin ganz mit der drohne geflogen ich bin gleich tot nein 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 du bist so ein depp alter ich bin tot ja was soll ich machen du hättest mir sagen sollen alter okay hast du keine augen im kopf alter verlieb mich doch hilf mir doch bist du dumm ich bin am marsch der welt ich sterb doch auch dann hä wo ist dein gehirn alter ey dein ernst ich hab die schadrone benutzt du bist so ein honk alter meine waffe eine waffe bin ich ein honk ich hab zwei drei alter chill ne ich hab's geschafft ich komm rein was achso oh man so lieber zemo in diesem spiel geht es darum nicht in der gaswolke zu chillen okay du musst mir bescheid geben du zigeuner packen sie ihre drohne ein ihr spielzeugdrohne und laufen sie in den kreis rein lass zusammen bleiben man lass zusammen bleiben okay 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 da schießt einer auf mich da schießt einer auf mich da schießt einer auf mich da kämpft einer auf dem dach alter lass uns haus schnell der hat mich zerwiches alter was soll ich machen komm was soll ich machen ist im bus sicher ist im bus sicher komm her komm her komm her komm her du blutest doch kaum und schnell ins gebäude okay hinter dir schnell einfach komm 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 das ist das diesmal konzentriert und alles aber nein man hat gesehen du hast dich in der gaswolke konzentriert war ich habe ich gelebt und alle leute und das war eine geile runde und ja sagt mal adios leute es war sehr verstörend man wenn ihr irgendwie wie gesagt die menschen seit die diese server beheben könnt schreibt in die kommentare ansonsten abonniert meinen kanal schläger den like button mit dem knüppel hashtag lute bis ich blute man das ist spielübergreifend gegeben macht nicht diesen man so ein abonnier den kanal macht nicht diesen bruder abonniert den kanal man in diesem sinne wir sehen uns in der nächsten folge wieder